So, wie ihr seht, sind wir ganz kurz davor, den neuen Shop zu bekommen. Einfach mal wieder ein klassisches Video von mir. Aber ihr wisst ja, der neue Harley Quinn Skin kommt jetzt bald rein. Guckt einfach rechts oben in der Infobox, da habe ich das Video verlinkt. Und ich würde sagen, jetzt gehen wir erstmal rein in den Shop, in 3, 2, 1 und... Uh, ein noisy mode. Aber wahrscheinlich wieder... Copyright, man kennt es. Ich liebe Copyright. Das ist halt leider inzwischen YouTube und Twitch. Aber ich höre mir dann gleich in Ruhe an. Und ihr wisst ja, wer so Portale es lassen will. Hier steht da schon creatorcode yt-familic. Grüße gehen da schon mal raus. So, was haben wir noch drin? Ja, ich sage immer noch, es ist ein schöner Skin. Aber ich weiß, ihr hasst ihn eigentlich alle. Wenn ihr ihn selber spielt, ist okay. Aber als Gegner will man ihn nicht haben. So, was haben wir noch drin? Dann der Beutel. Grüße gehen raus an den, der ihn mir geschenkt hat. Dann haben wir Diamantenschädel drin. Und natürlich der liebe Gild. Also wer Gild heißt, der hat dann auch verloren. Dann haben wir noch den Blingbeutel. Und eine Liebestöterin mit passendem Rückenaccessoire. Das Kind sieht gar nicht mehr so schlecht aus. Aber man merkt, ich habe länger kein Fortnite mehr gespielt. Das war nämlich genau in der Season, als ich nicht mehr gespielt habe. Und dann, ja, Urlaub hatten wir eben schon. So, haben wir sonst noch irgendwas Neues? Oh, die Dämonen sind wieder zurück. Natürlich auch mit passendem Rückenaccessoire. Aber da sage ich ganz einfach, kann man spielen. Aber man sieht dich halt über die halbe Map. Also halt, ey, ich schreibe mich nicht so an. Sorry für alle, die sich jetzt erschrocken haben. Aber der Kleider, ja, der ist schon nice. Aber auch sehr laut. Und dann die glühenden Klingen. Da weiß ich ausnahmsweise, von wem ich es da habe. Nämlich von Poco. So, was haben wir noch drin? Aha, die Dämoniker. Die haben wir ja. Und das war der liebe Zambal. Das weiß ich auch noch 100%. Season 8 Skin. Natürlich mit passendem Rückenaccessoire. Da habe ich nämlich noch zum Zambal gesagt, er hat sie nicht mehr. Ich hoffe, ich irre mich jetzt nicht. Aber ich denke, zu 99% eher war es. Denn dann haben wir noch... Oh, die heiße Hacke. Die ist mir noch nie so ausgefallen. Die sieht so richtig nice aus. Dann die glühende Klüfe wieder. Boah, ist okay. Kann man sich geben. Dann, ja, die skin haben wir ja schon. Dann ist der Grenzläufer wieder drin. In Season X. Da, wo ich angefangen habe mit YouTube. Dann haben wir ja die Biestschütze noch drin. Aber hier gehört noch das Rückenaccessoire dabei. Das ist eigentlich nice. Also, so ein Kombi ist das Gen eigentlich wirklich nice. So, wie gesagt, die Biestschützin ist drin. Die Abtrünnige ist da. Auch Grüße gehen da raus. An denen, der mich da so lieb unterstützt hat. Und hoffentlich auch Creator Code eingetragen hat. Dann haben wir gebrochenes Eis. Das ist ein Lackierungen beim Schießen animiert. Ja, warum ist hier kein Dings? Ja, toll. Einfach die Animation nicht dargestellt. Mein kennt Fortnite. So, dann haben wir Handzeichen. Und ich dich. So, dann haben wir den Rülpster noch. Oh, das brauchen wir leise. Geht lauter hin. Das ist halt ein kleines Mädchen. So, was haben wir noch drin? Oh, Alien-Paket immer noch drin. Aber, der Luca und ich habe ihn nicht in den Game gesehen. Also, ich sage ganz ehrlich. Na ja. Na ja. Es gibt schönere. Aber, er wird wahrscheinlich nicht mehr so häufig vorkommen. Weil unsere Skins werden immer mehr und mehr und mehr. Die Pakete werden mehr. Also, gefühlt kann alles sich wiederholen. Und es würde gefühlt 100 Jahre dauern, bis alles wieder da ist. Natürlich auch das passende Emot dazu. Gut für 2200 V-Bucks. Na ja, ihr wisst ja, ihr seht oben rechts, ich habe meine 10.000 V-Bucks jetzt erreicht. Nur mit Rette die Welt. Also, an der Stelle geht es auch. Ich liebe dieses Emote, ne? Ich finde das irgendwie lustig. So, dann haben wir noch, ja. E5000 Power Loader Arm. Ja. Dann haben wir noch das kleine Raumschiff. Na ja. Das war schon wieder Geschmackssache. So, und dann das Ganze natürlich wieder einzeln. Hier für 1600 V-Bucks. Dann hier das Paket für 1,5. Das Emote alleine für 300. Wie ist das so geil? Dann natürlich das Raumschiff. Nur das Raumschiff 1200. Man gönnt sich ja sonst nichts. Die, ach so hässliche Pickaxe für 800. So, was haben wir noch drin? Oh, welches Paket immer noch drin? Auf Ehre. Aber ich denke mal inzwischen dürfte der Skin bekannt sein. Aber ich bin ganz ehrlich, ich glaube der wurde nicht oft gekauft. Man sieht ihn wirklich selten in Lobbys gefühlt. Oder wie seht ihr das? Oft kommt er nicht vor. So, was haben wir noch? Das ist ja klar. Dann Street Fighter. Natürlich immer noch drin. Immer noch. Aha. Ich sage, man könnte gefühlt jeden Skin kaufen. So, da haben wir noch das passende Rücken. Das ist zwar die nette Lady. Aber dafür, jetzt ohne Quatsch. Das ist halt echt für die älteren Leute, finde ich. Weil wer von euch hat bitte schön Street Fighter gespielt? Ich denke mal gefühlt klagt einer. Das ist natürlich noch das passende Banner. Dann das Emote. Selbst ich finde für Street Fighter fast noch zu jung. So plötzlich es anhört. Man hört es schon im Hintergrund. Die 8-Bit-Musik. So, das Ganze natürlich wieder als Paket. Und dann hier auf 1800. So hässlich. Einfach hässlich. Dann ihn für 1600 mit allem Möglichen. Sie auch für 1600. Ja. Ja. Mehr brauche ich nicht sagen. Genauso wie das. Das ist halt wirklich für die Hardcore-Fans. Sag ich jetzt mal. Genauso mit der Kleider für 1200. Eieieiei. So, das war das Paket. Dann kennen wir natürlich immer noch. Für stolze 30 Euro. Kann man sich dieses Paket gönnen. Ist okay. Aber ich hätte den Skin halt lieber alleine. Weil so ist mir das Ganze echt. Ein bisschen zu teuer. Für 30 Euro. Darf ich eh genug Skins habe. In Anführungszeichen. So. Dann Fortnite-Boo-Paket. Haben wir ja auch schon gesehen. Jetzt muss ich nur ganz kurz gucken. Wie viele V-Bugs es eventuell heute gibt. Und dafür muss ich ganz schnell rüber. Zack. In der Zeit muss ich gerade die Seite öffnen. Ich habe es nämlich eben nicht gemacht. V-Bugs habe ich gestern bekommen. Und heute haben wir 105 V-Bugs wieder zu holen. Alles für alle, die Rette die Welt haben. Und auch noch die Gründer-Edition haben. Die können sich das Ganze wieder mitholen. Ich zeige nur gerade, wo sie sind. Einmal bei Level 19. Such, 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 such. Da. Ja. Einmal da. 30 V-Bugs. Dann nochmal. Zack. Bei 46. Hallo. Dankeschön. 46. Was für eine Missionen-Atlas. Also da. So. Dann haben wir noch die Lama-Süchtigen. Da, wo gewisse Leute 1.000 V-Bugs einfach wieder zurückbekommen haben. Grüße gehen raus. Lieber Schleuder. Affe. So. Hier ist auch nichts Besonderes. Und dann würde ich sagen, sind wir eigentlich soweit durch. Wie gesagt, wenn ihr auch kein Like da gelassen habt, lasst jetzt ein Like da. Wenn ihr auch kein Abonnent ist, gerne jetzt ein Abo da lassen. Und dann würde ich sagen, warst du das auch schon wieder mit dem Shop. Und haut rein.